Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie heute recht herzlich zu unserem Webinar ElTaco und WI-Butler zum Thema Einbruchschutz. Mein Name ist Stefan Krause, ich bin Systemintegrator bei der Firma ElTaco und werde heute mit Ihnen gemeinsam den technischen Part dieses Webinars durchführen. Kurz zum Ablauf, mit dabei ist der Kollege Jan Dietrich, der wird gleich die ersten Folien dann gleich zeigen, die einzelnen Geräte vorstellen, die verschiedenen Funktionen, die die Geräte haben. Wenn Sie Fragen haben, sehen Sie unten F und A, da steht für Fragen und Antworten. Über dieses Fenster werden wir dann die Fragen entsprechend aufnehmen und wenn es passt in dem Augenblick dann oder mit einbauen in die Präsentation. Ansonsten werden wir im Nachgang natürlich auch eine Fragerunde haben. Das Webinar wird aufgezeichnet. Wenn Sie also sich im Nachgang gerne das Webinar nochmal anschauen wollen, haben Sie die Möglichkeit, über YouTube, über unseren entsprechenden Kanal sich das Webinar nochmal anzuschauen. Ja, da möchte ich auch gleich übergeben an Jan Dietrich von WI-Butler. Herzlichen Dank, Stefan. Schönen guten Morgen, auch von meinerseits herzlich willkommen zu unserem kleinen Online-Seminar ElTaco WI-Butler zum Thema Einbruchschutz. Mein Name ist Jan Dietrich. Ich bin Systemingenieur im Außendienst bei WI-Butler und darf Ihnen heute so ein bisschen den, naja, ich will es mal theoretischen Teil nennen, vorstellen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, eine kleine Zusammenfassung zu WI-Butler, was wir überhaupt sind und machen. Also grundsätzlich ist WI-Butler eine IoT-Plattform und im Zuge dieser IoT-Plattform ist ein wesentlicher Bereich, um den wir uns bemühen, die Home Automation, also ja nicht zuletzt auch die Visualisierung für den Bereich der Hausautomation in ihren eigenen vier Wänden. Und wir sind als WI-Butler zwar ein Gerätehersteller vom WI-Butler selbst, einer Zentrale. Wir bauen aber weder Aktorik noch Sensorik, sondern unser Ansatz ist der, dass wir versuchen wollen, so viele Hersteller wie möglich miteinander kompatibel zu machen, indem wir hier die Hersteller der WI-Butler Alliance sehen, die dann entsprechend Komponenten liefern, die innerhalb der WI-Butler-Systemwelt miteinander kombiniert werden können. Zum Thema heute, Winter is coming, deswegen setzen wir uns zusammen zum Thema Einbruchsschutz und wollen uns also mal anschauen, was wir für Anwendungen in dem Bereich überhaupt anbieten können. Und wenn wir uns diese Übersicht hier mal anschauen, dann beschäftigen wir uns heute vor allem mit Sirenen, mit einem Bewegungsmelder und Fenstertürkontakten, die wir gleich im Einzelnen nochmal ganz fix, zumindest exemplarisch durchgehen. Weiterhin darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, Überwachungskameras einzubinden. Im Zuge von Alarmmeldungen, die das Haus betrifft, ist es sicherlich auch interessant, wenn man in der Lage ist, auch die Beleuchtung und die Beschattung für etwaige Fälle mit einzubinden. Wir können das Ganze regeln über verschiedene Gebäudeprofile. Denn was ist der klassische Ansatz oder das klassische Szenario ist ja, es geht ein Fenster auf und es soll eine Alarmmeldung ausgegeben werden, es sollen Sirenen angehen, es soll vielleicht das Licht angeschaltet werden. Das Ganze wollen wir natürlich nicht immer haben, wenn ein Fenster geöffnet wird, sondern wenn ich tagsüber lüfte, dann möchte ich im besten Fall noch, dass die Heizkörper nach unten fahren, will aber nicht immer gleich einen Alarm bekommen. Und das können wir im V-Butler mit verschiedenen Gebäudeprofilen einfach lösen, indem wir sagen, wenn das Fenster aufgeht, dann mach einen Alarm, aber bitte nur, wenn ich nicht zu Hause bin. Darüber hinaus können wir uns also auch über Push-Nachrichten benachrichtigen lassen, die wir dann direkt aufs Mobiltelefon oder Tablet bekommen. Wir sind also in der Lage, auch verschiedene Alarmszenarien zu erstellen. Das liegt natürlich immer so ein bisschen an den persönlichen Bedürfnissen. Ja, es gibt die Möglichkeit, stille Alarme einzurichten oder eben das ganze Haus zu beleuchten und zu bescheiden. Und mit welchen Geräten können wir das anstellen? Da gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter und schauen uns zum einen an den El Taco Bewegungs- und Helligkeitssensor. Hier sind nur ein paar kleine technische Daten. Ich will hier gar nicht auf alles im Detail eingehen, nur ein, zwei Sachen. Das ist also ein Aufputzgerät, im Prinzip ohne großartigen Montageaufwand. Das Ganze wird versorgt von einer Solarzelle, wie sie eben zu sehen ist, oben und unten. Und falls es aber mal nicht hell genug ist, gibt es die Möglichkeit, im Gerät eine Pufferbatterie, eine CR2032, mit einzulegen. Nun ist aber die Frage, was kann das Gerät denn überhaupt? Welche Möglichkeiten haben wir? Wir nennen das im V-Butler die sogenannten Funktions-Ports, also einfach nur die Funktionen, die das Gerät innerhalb der V-Butler-Systemwelt bietet. Und da gibt es im Prinzip drei Funktionen, die wir als ein Auslöser benutzen können, um einen Alarm zu starten oder ein Licht anzuschalten, wie das dann gewünscht ist. Und zwar haben wir einmal die Bewegung und zwar abhängig von der Helligkeit. Ich kann also den Bewegungsmelder selbstverständlich so einstellen, wie Sie das von allen üblichen Geräten auch kennen, dass der erst ab einem bestimmten Schwellwert reagiert, wenn es denn irgendwann dunkel wird. Dass wir nicht immer gleich Bewegung gemeldet bekommen. Können aber genauso gut im zweiten Punkt sagen, dass wir die Bewegung auch helligkeitsunabhängig benutzen wollen. Für Durchgangslichter zum Beispiel. Und der dritte Punkt ist, die Helligkeit wird alleine genutzt als Auslöser. Das sind einfach die Möglichkeiten, die wir im V-Butler haben. Davon ist sicherlich nicht jede zu benutzen, wenn es um Alarmszenarien geht. Gehen wir weiter, dann sehen wir jetzt gleich verschiedene Arten von Fensterkontakten, die El Taco anbietet. Wir haben also hier die Variante mit Solarzelle, die auch übrigens wie alle anderen Geräte, über die wir heute sprechen, mit dem AnOcean Funk agiert. Auch hier ist es so, dass das Gerät im Prinzip einfach zum Aufkleben gedacht ist. Das heißt, wir haben auch hier keinen Montageaufwand. Wir sehen also das große Gerät mit der Solarzelle drin, käme dann zum Beispiel auf den Fensterrahmen, während der Magnet, der kleinere daneben, auf dem Flügel montiert wird. So dass die in beiden Geräten sind kleine Magnete, dass die nicht weiter als fünf Millimeter auseinanderstehen. Dann gilt das Fenster als geschlossen. Das nächste Gerät ist ein Fensterkontakt, der ja im Prinzip innenliegend verbaut wird. Das Ganze funktioniert dann ohne externe Energieversorgung und ist deswegen sicherlich noch sehr interessant, weil wir hier die Möglichkeit eben haben, über den AnOcean Effekt des Energy Harvestings zu arbeiten. Das heißt, wir werden hier nicht die Problematik bekommen, dass wir leere Batterien haben, sondern durch diesen kleinen Hebel, den Sie da oben sehen, wenn der so runtergeklickt wird, wird das Telegramm ausgesendet. Und wenn er wieder aufgeht, wird das nächste Telegramm gesendet, das dann entsprechend für geöffnetes oder geschlossenes Fenster steht. Dann haben wir noch zwei weitere, einen, den wir vorstellen wollen, wenn eben die Lichtzufuhr für einen bestimmten Raum vielleicht nicht groß genug ist, dass das Gerät mit der Solarzelle funktioniert, haben wir hier einen, der mit Batterie betrieben wird. Und die letzte Variante, die wir Ihnen noch gerne kurz zeigen wollen, ist eine Geschichte, die heißt FTKB minus HG in der Etaco-Welt und wird in den Fensterrahmen verschraubt und ist also dann unsichtbar im Fenster angebracht. Kann also so auch wieder nicht gesehen werden. Das Ganze wird versorgt mit einer CR16-32-Batterie und ist gerade im Prinzip frisch in der V-Battler-Welt angekommen, seit der Firmware des V-Battlers 227 kompatibel. Was machen wir nun mit den Fensterkontakten? Welche Möglichkeit bieten die uns? Das ist eigentlich recht simpel. Und zwar zeigen Sie uns den Fensterzustand an, das, was wir machen wollen. Sie zeigen uns also an, ist das Fenster geöffnet oder geschlossen. Und über den Fensterzustand können wir dann wieder die entsprechenden Automationsregeln auslösen. Also als Beispiel, wenn das Fenster geöffnet wird, dann schalte die Sirene ein mit der Einschränkung, wie bereits erzählt, aber bitte nur im Profil unterwegs zum Beispiel oder Urlaub. Kleine zusätzliche Anmerkung bei dem verdecktliegenden Fensterkontakt, den wir zuletzt vorgestellt haben, hier zu sehen unten rechts in der Ecke. Er hat noch einen zusätzlichen Funktionsport und zwar ist das eine interne Alarmmeldung. Er funktioniert im Prinzip auch, ja ich will nicht sagen autark, hat aber da die Möglichkeit nochmal über Fensterbewegungen zu agieren. Das war es im Prinzip schon soweit zu den Geräten, was die Auslöseeffekte betrifft. Nun wollen wir uns noch ganz kurz angucken, was haben wir auf der anderen Seite, welche Geräte wollen wir damit also ansprechen, haben auch hier exemplarisch mal zwei rausgesucht. Zum einen haben wir hier eine Sirene gebaut für die Steckdose. Also auch hier kein Montageaufwand, ich habe diesen im Prinzip Zwischenstecker, den ich einfach in meine Steckdose stecke. Der macht mindestens 80 dB, also Sie können mir glauben, wenn Sie da das Ohr daneben halten, das klingelt dann schon schön. Lässt sich also wunderbar einfach einrüsten im Gebäude, wie gesagt, an der freien Steckdose. Stefan unterbricht mich, wenn das Quatsch ist, aber diese Variante gibt es, meine ich, auch als Unterputzlösung. Genau, richtig. Ja, den gibt es auch als Unterputzvariante, beziehungsweise sieht dann aus wie ein Taster oder wie eine Blindabdeckung und das ist dann die Innensirene im Schalterdesign. Genau, dass sie dann auch gar nicht unbedingt großartig auffällt. Das, was wir außerdem zeigen wollen und was auch relativ neu in der V-Battler-Systemwelt ist, ist es eine Außensirene, die wir also mit einsprechen können. Einsprechen nicht natürlich, weil wir sie einbinden können. Sie macht auch hier Alarm, ja, mindestens 85 dB steht. Sie macht dann eben auch das Typische, was Sirenen so machen. Also sie blinkt rum unten im zu sehenden roten Feld. Wird gespeist obendrauf durch die Solarpanel. Ja, das heißt also, sie wird außen angebracht. Wenn Sie sie anbringen, schauen Sie, dass Sie es an einer Stelle machen, die entsprechend ein wenig, ja, also dass sie jetzt nicht von vier Seiten abgedeckt ist und in der Kammer hängt. Dann hat sie es ein bisschen schwer mit dem Licht. Ansonsten lässt sie sich wunderbar draußen anbringen. Und wir haben eben so auch wieder die Möglichkeit oder den Vorteil, dass wir keine Steuerleitungen dazu bringen müssen. So, was bieten uns diese Sirenen für Funktionen? Wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Es gibt zum einen natürlich das akustische Signal, was sie ausgeben sollen. Zum anderen sind diese Geräte aber nicht permanent in Alarmbereitschaft, damit es eben nicht zu versehentlichen Fehlalarm kommt. Die gilt es ja zu vermeiden. Das heißt, wir können über eine Funktion das Gerät zunächst in Alarmbereitschaft versetzen, das dann bei geöffnetem Fenster der Alarm zugeht. Das sieht, wird uns Stefan Krause gleich zeigen, wie das in der App genau aussieht. Wir werden das lösen über Profile, dass wir also dieser Sirene sagen, wenn wir das Profil unterwegs aktivieren, dann schalte bitte die Sirene in Alarmbereitschaft. Die Außensirene hat außerdem die Funktion, dass sie uns also Fehlermeldungen ausgibt. Das heißt, wenn es einen Abbruch gibt, einen Kommunikationsabbruch zwischen der Sirene und dem V-Butler, werden wir darüber informiert. Das ist zum Beispiel passiert eben auch durch internen Manipulationsalarm der Außensirene. Gut, das im Prinzip soweit zu den Geräten, die wir uns heute im Detail angucken. Wir wollen, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Abriss von dem, was außerdem möglich ist. Das ist exemplarisch. Schauen wir uns jetzt aber in der App an, wie wir die Geräte anlernen und wie wir entsprechend Automationsregeln dazu anlegen. Stefan. So, dann sollten wir jetzt alle die V-Butler-App sehen. Ich habe die schon mal gestartet, habe auch schon ein bisschen was eingerichtet. Wir haben also ein paar Leuchten, Räume angelegt. Eine Heizungssteuerung habe ich schon drin, wie Sie die Geräte anlernen können, wie Sie verschiedene Schaltungen im Bereich Beleuchtung, Beschattung etc. realisieren können. Dafür haben wir auch schon Webinare gemacht. Da können Sie natürlich gerne jederzeit reinschauen auf unseren YouTube Channels. Dort gibt es dann die anderen Webinare zum Thema Ersteinrichtung, Beleuchtungssteuerung und so weiter. Wir sehen jetzt hier erstmal die Oberfläche von unserem Zuhause. Wir sehen hier also gerade, was ist denn so los in unserem Gebäude. Und wir wollen jetzt verschiedene Sensoren einlernen. Ich habe jetzt hier einmal ein FTKE. Das ist der energieautarke Fenstertürkontakt, den ich also in den Zwischenrahmen einbauen kann. Dazu gehe ich unten rechts auf Konfiguration. Wir sehen, ich bin im Gerätebereich, gehe dann oben auf das Plus. Die Herstellerdatenbank öffnet sich. Ich wähle den Hersteller Altaco aus. Aus welcher Kategorie ist der Fensterkontakt in diesem Fall, wo ist er einzuordnen? Ich würde mal sagen im Bereich Sicherheit. Nehmen dann Fenstertürkontakte. Und wie wir hier sehen, ganz unten ist der FTKE. Ich wähle die Type aus. Ja, so sieht er aus. Den habe ich auch gerade hier auf dem Schreibtisch liegen. Gehe auf Anlernen. Und jetzt wird mir gesagt, ich soll den Energiehebel ein paar Mal hoch und runter betätigen. Das mache ich. Und siehe da, das Gerät ist erfolgreich eingelernt. Gehe unten auf Fertig. Beschrifte mein Gerät entsprechend. Ich sage jetzt, das ist zum Beispiel die Fensterüberwachung im Bereich Wohnzimmer. Fenster Wohnen. Kann es natürlich auch gleich einsortieren in den entsprechenden Raum. Das machen wir auch. Und packe ihn hier in mein Wohnzimmer. So, jetzt habe ich erst mal das Gerät entsprechend hinzugefügt. Wir sehen das hier oben mit dem grünen Fädchen. Wir sehen, dass das Fenster jetzt geschlossen ist. Das sehen Sie an dem orangenen Ring. Beziehungsweise, wenn ich den Fensterkontakt jetzt öffne, dass das Fenster geöffnet ist. Wenn wir einmal in die Übersicht schauen, in unserem Zuhause, dann sehen wir auch gleich oben in dem Bereich unter Smart Home, in dem ersten großen Fenster, dass ein Fenster zurzeit geöffnet ist. Wenn ich den Fensterkontakt jetzt schließe, dann sehe ich auch, dass alle Fenster in meinem Objekt entsprechend geschlossen sind. So, jetzt habe ich erst mal nur eine Überwachung des Fensters und möchte natürlich jetzt mir auch irgendwo signalisieren, ich mache das Ganze jetzt mal mit einer Außensirene, dass wenn mein Fenster geöffnet wird, je nachdem, welches Profil wir dann gleich haben, soll die Sirene losgehen. Dazu müssen wir natürlich als erstes die Sirene einleeren, genauso wie wir eben auch den Fenster-Türkontakt eingeladen haben. Wir gehen unten wieder auf Konfiguration, auf das Plus, wählen den Hersteller El Taco aus und sagen wieder in der Kategorie Sicherheit, aber jetzt Signalgeber. So, hier haben wir unsere beiden Signalgeber, einmal die Funk-Außensirene und den Zwischenstecker-Signalgeber. Ja, wir nehmen die Außensirene, so sieht die Sirene aus, das haben wir eben auch in der Präsentation schon gesehen. Gehen unten auf Anleeren. Bei der Sirene ist es noch wichtig, wenn Sie Repeater zwischen Sirene und V-Butler haben. Da muss man darauf achten, dass man das bei der Installation schon berücksichtigt, denn, wie Jan Dietrich eben schon gesagt hatte, die Sirene wird auch überwacht. Das heißt, sie kommuniziert immer wieder in zyklischen Abständen mit dem V-Butler und sagt, ich bin noch da. Das heißt, wenn jetzt also jemand auf die Idee kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt in dem Objekt einbrechen, als allererstes klaue ich mal die Sirene. Dann bekommt ja keiner mehr mit, dass ich dort eingebrochen bin. Und in dem Fall wird das überwacht. Und auch da, ich kann mir eine Meldung schicken lassen, wenn meine Sirene irgendwann diese Anwesenheit oder dass sie noch da ist, nicht mehr schickt. Gehe also auf Weiter. Soll das Gehäuse öffnen. Das habe ich in diesem Fall schon getan. Gehe auf Weiter. Soll unten den Schalter auf On stellen. Das habe ich auch schon getan. Gehe auf Weiter. Und jetzt soll ich im Gehäuse auf der InOcean-Platine den Lern-Button drücken. Das habe ich jetzt gemacht. Und siehe da, die Sirene wurde erfolgreich angelernt. Wir gehen wieder auf Weiter. Na klar, wenn ich ein Gehäuse geöffnet habe, muss ich es auch wieder schließen. Auch hier wird genau gezeigt, wo sind die entsprechenden Schrauben zu setzen, die im Lieferumfang mit dabei sind, beziehungsweise welche ich vorher rausgeschraubt habe. Gehe wieder auf Fertig. Und kann natürlich auch hier wieder meine Alarmierung oder mein Gerät entsprechend beschriften. Ich sage, das ist jetzt eine Sirene. Gehe auf Fertig. Und sortiere die jetzt ein. Ich packe die jetzt einfach mal in den Flur, auch wenn sie im Außenbereich ist. Ich habe jetzt in diesem Objekt einfach keinen Außenbereich angelegt. Aber das ist kein Problem. Das ist einfach nur ein Raum. Den können wir auch noch hinzufügen. Und können die Sirene auch wieder in einen anderen Raum packen. Auch hier, wie unter S, wie Sirene, sehen wir hier unten die Sirene mit dem grünen Fähnchen. Wenn ich hier draufklicke, kann ich die Alarmbereitschaft aktivieren und deaktivieren. Das ist ganz wichtig, denn bevor wir einen Alarm erzeugen können, also bevor sie losheulen soll, müssen wir die Alarmbereitschaft der Sirene aktivieren. Das machen wir am besten über den Profiltaster. Das heißt, wir haben ja unseren Profiltaster, wo ich unsere Profile auswählen kann. Zu Hause Tag, Zuhause Nacht, Unterwegs und Urlaub. Das machen wir jetzt mal. Oben rechts auf die drei Punkte. Gehen auf Profilwechsel. Und hier habe ich jetzt meine vier Profile. Und ich möchte nur einen Alarm haben, wenn ich unterwegs bin und wenn ich im Urlaub bin. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich auch in den anderen Bereichen, denn wenn ich einen Alarm aktiviere, muss ich natürlich auch wieder deaktivieren. Sage ich, wenn ich umschalte auf Profiltag Zuhause, soll die Alarmbereitschaft deaktiviert werden. Nachts soll es auch deaktiviert werden, weil für den Nacht nutze ich vielleicht den Innensignalgeber, dass wenn ich nur eine Außenhautüberwachung habe, dass ich auf jeden Fall wach werde. Und naja, derjenige, der einbricht, hört das dann auf jeden Fall auch. Aber die Nachbarschaft muss jetzt nicht unbedingt alarmiert werden. Natürlich, wenn ich im Urlaub bin oder unterwegs bin, möchte ich ganz gerne, dass meine Sirene hier auch losheult. So, jetzt habe ich es aktiviert. Also für zu Hause Tag, zu Hause Nacht ist die Alarmbereitschaft nicht gegeben. Und für Urlaub und unterwegs haben wir jetzt die Alarmbereitschaft aktiviert. Dann gehen wir zurück. Somit können wir jetzt sagen, okay, Alarm an, Alarm aus. Jetzt müssen wir natürlich noch den Fensterkontakt, den FTKE mit der Sirene verbinden. Dafür gehen wir hier oben jetzt auf Regeln, auf das Plus und sage, das Ganze ist jetzt eine Wenn-Dann-Regel. Wir wählen den Auslöser, ziehen also oben unser Menü raus, gehen auf Fenster wohnen. Ich möchte den Fensterzustand überwachen, schiebe das Ganze wieder hoch und muss jetzt dann entsprechend die Aktion auswählen. In diesem Fall wäre das die Aktion Sirene. So, Alarmbereitschaft haben wir ja schon aktiviert über den Profilwechsel. Ich möchte natürlich jetzt einen Alarm einschalten. Das heißt, wenn mein Fenster geschlossen ist, möchte ich, dass nichts passiert. Wird mein Fenster geöffnet, möchte ich, dass die Sirene angeht. Quittieren können wir das nachher über den Profiltaster, zum Beispiel, indem wir einfach die Alarmbereitschaft wieder rausnehmen. Gehen hier oben auf Weiter. So, wann möchte ich denn jetzt diese Überwachung haben? Wenn ich zu Hause bin, es kann ja sein, dass ich mein Fenster öffne und dann wäre es ja fatal, wenn dann entsprechend die Sirene losgeht. Auch hier, wenn ich im Urlaub bin oder unterwegs bin, auch dann soll es nur ein Alarm geben. Dann gehe ich wieder auf Weiter, kann jetzt hier entsprechend die Regel benennen. Ich nenne das jetzt einfach mal Alarmfenster und gehe auf Fertig. So, jetzt habe ich meine Regel entsprechend erstellt. Das heißt, wenn jetzt mein Fenster geöffnet wird und ich nicht zu Hause bin, dann soll es ein Alarm geben. Ich schalte jetzt mal meinen V-Butler um und schließe mal mein Fenster. Dazu gehe ich jetzt auf meinen Profiltaster, sage Profil unterwegs aktiviert. Ich öffne jetzt das Fenster und jetzt gibt es einen entsprechenden Alarm und wir haben hier den Signalgeber. Ich ziehe ihn eben ab und jetzt haben wir einen Alarm. So, wenn ich mein Fenster wieder schließe, passiert nichts, denn das haben wir in der Regel ja nicht hinterlegt. Und wenn ich jetzt auf zu Hause Tag wechsle, dann ist die Sirene auch entsprechend wieder deaktiviert. Das heißt, sie ist nicht mehr in der Alarmbereitschaft. Und wenn ich jetzt mein Fenster öffne und schließe, dann habe ich die ganz normale Funktion wieder, zum Beispiel mit meiner Heizungssteuerung oder ähnliches. Ja, jetzt bin ich unterwegs. Jetzt, wunderbar, meine Sirene alarmiert, die alle Nachbarn wissen Bescheid. Jetzt wüsste ich natürlich auch gerne selber Bescheid, wenn jemand bei mir zu Hause eingebrochen ist. Wie können wir das realisieren? Über eine Push-Nachricht zum Beispiel. Dazu gehen wir wieder unten rechts auf Konfiguration. Wir sind im Bereich Regel. Ich gehe nochmal auf das Plus. Es ist wieder eine Wenn-Dann-Funktion. Der Auslöser ist in diesem Fall auch wieder mein Fenster im Wohnzimmer. Und wähle dann hier unten zum Beispiel mein iPad aus. Ich möchte gerne eine Push-Nachricht auf mein iPad bekommen. Ich kann jetzt auch alle weiteren Geräte nochmal mit anhaken, dass wir alle benachrichtigt werden sollen, weil mein iPad habe ich jetzt nicht unbedingt griffbereit, sondern zum Beispiel auch meine beiden Smartphones, die ich noch habe. So, wenn mein Handy, wenn mein Fenster, nicht mein Handy, das kann ich nicht lesen, wenn mein Fenster also geschlossen ist, soll nichts passieren. Aber wenn mein Fenster geöffnet wird, möchte ich gerne eine Push-Nachricht bekommen und gebe dieser Push-Nachricht mit und sage, Fenster wohnen geöffnet. So, das heißt, wenn mein Fenster geöffnet wird, sende ich die Nachricht Fenster wohnen geöffnet. Gehe hier oben auf weiter. Das Ganze möchte ich wieder nur, wenn ich unterwegs oder im Urlaub bin. Und gehe auf weiter. Jetzt kann ich die Regel wieder entsprechend benennen. Ich sage jetzt hier einfach mal, das ist Push-Alarm-Fenster. Und schon habe ich auch meine Regel für die Push-Nachricht. Ich schließe mein Fenster, schalte meinen V-Butler mal wieder in den Urlaubsmodus. So, Sirene ist aus, alles klar, kein Gepiepse. Öffne jetzt mein Fenster. Das Fenster ist geöffnet. Mein Handy hat schon die Push-Nachricht bekommen. Und hier sehen wir oben auch V-Butler Fenster wohnen geöffnet. So sehen wir also auch die Push-Nachricht, wie sie hier rein kommt. Ja, jetzt haben wir im Prinzip eine Außenhautüberwachung realisiert. Eine Außenhautüberwachung ist also immer dann, wenn ein Fenster aufgehebelt wird oder ähnliches, dann soll es entsprechend einen Alarm geben. Macht es natürlich auch Sinn, vielleicht einfach eine Kombination zu wählen, von einer Außenhautüberwachung mit zum Beispiel Bewegungsmelder. Eine Außenhautüberwachung kann man auch nachts nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin, nachts, möchte ich ganz gerne, klar, wenn im Erdgeschoss irgendein Fenster aufgehebelt wird, das Ganze soll überwacht werden, damit, wenn einer einbricht, damit ich auch oben, wenn ich oben schlafe, Bescheid weiß. Dann müssen wir da auf jeden Fall auch die Alarmierung haben. Aber Bewegungsmelder zum Beispiel im Innenbereich. Jetzt kann es ja sein, ich stehe nachts mal auf, möchte was trinken, gehe runter in die Küche, hole mir ein Glas Wasser. Lauf durch den Bewegungsmelder und habe einen Alarm. Das ist dann natürlich nicht so schön. Dann können wir natürlich auch sagen, okay, für den Bereich der Innenüberwachung, wenn wir da noch Bewegungsmelder mit einlernen, dass wir dann hier sagen, okay, Bewegungsmelder auch eben nur, wenn wir zu Hause, wenn wir nicht zu Hause sind. Im Prinzip genauso zu bauen, ich lerne trotzdem noch mal eben Bewegungsmelder ein, gehe wieder unten auf Konfiguration, wechsle auf Geräte, gehe oben auf das Plus, suche mir wieder den Hersteller El Taco raus und sage jetzt hier auch im Bereich Sicherheit, oben Bewegungsmelder. Ich habe jetzt hier den FBH55SB, das ist der kleine Bewegungsmelder mit den Solarzellen und zusätzlich der Batterieunterstützung. So sieht der aus. Gehe auf Anleeren, soll das Gehäuse öffnen, das mache ich mal eben. Dann gehe, wenn ich das gemacht habe, gehe ich auf Weiter, kontrolliere, ob der Jumper richtig gesteckt ist, denn dieser Bewegungsmelder kann in mehreren Funktionsarten betrieben werden. Dann, der Jumper ist in diesem Fall bei mir gesteckt, also alles so, wie der V-Butter es gerne hätte. Gehe auf Weiter, soll jetzt den Lern-Button drücken. Das habe ich gemacht und siehe da, unser Bewegungsmelder wurde erfolgreich eingelernt. Auch hier, ich gebe dem Bewegungsmelder wieder einen Namen. Ich sage jetzt einfach mal BWM Flur. Fertig. Sortiere ihn direkt in meinen Flur ein. Und kann dann im Flur meine Bewegung erfassen. Wir sehen jetzt hier, die Bewegung ist zurzeit aktiv. Jetzt kann ich diesen Bewegungsmelder nutzen, auf der einen Seite, um mein Flurlicht natürlich einzuschalten, über den V-Butter oder direkt. Und auf der anderen Seite, um ihn als Alarmsensor zu nutzen. Also Sie merken, wir haben hier Sensoren, wie Fensterkontakte, die wir eben nicht nur für Alarm nutzen können, sondern auch für den Bereich Heizungsregelung, einfache Zustandsüberwachung, Lüftungssteuerung und so weiter. Dass wir also das Schöne eben haben, dass wir einen Sensor brauchen und ganz viele verschiedene Szenarien damit abdecken können. Genauso natürlich auch mit dem Bewegungsmelder. Auf der einen Seite sendet er uns die Bewegung natürlich und wir verarbeiten sie auf der einen Seite für unsere Beleuchtung, auf der anderen Seite für die Alarmgeschichte und so weiter. Und so brauchen Sie nicht zig verschiedene Sensoren für verschiedene Anwendungen, sondern können alles mit dem einen entsprechenden Sensor abfrühstücken. So, ich habe hier noch eine Frage, ob alle Fenstersensoren mit der Sirene verbunden werden. Oder kann man die Sirene kann man auch die Sirene mit Push-Nachrichten? Also die Fenstersensoren hätte ich ja eben alle gleichzeitig auswählen können. Also als ich die Regel erstellt habe, ich habe jetzt ja nur einen Fenstersensor mit reingenommen, ich hätte also alle Fenstersensoren dann entsprechend verbinden können. Und die Sirene mit der Push-Nachricht, die Sirene hat nur den Funktionsport im Bereich Push-Nachricht für den Bereich Sabotage beziehungsweise wenn sie nicht mehr da ist. Das heißt, wenn die Sirene demontiert worden ist, kaputt gehauen worden ist oder sonst irgendwas, dann kann ich mir eine Push-Nachricht schicken, aber nicht in dem Augenblick, wenn die Sirene auslöst, dann würde ich einfach eine zweite Regel erstellen und mir dann eine Push-Nachricht schicken. Ich hoffe, die Frage ist so weit beantwortet. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich wäre mit der Demo soweit durch. Wir haben also die verschiedenen Funktionen von unserem Kontakt als Alarmgeber, den Alarmgeber eingebunden, mit Sirene und so weiter. und wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Ich hätte noch mal eine Bitte, du könntest vielleicht hier die, wenn du noch mal in die App gehst, wenn das noch möglich ist. Natürlich. Die Sirene auch noch mal quasi anzeigen lassen in der Gesamtübersicht des Gebäudes. Das ist also da auch immer gleich zu sehen, es ist alles okay oder ist entsprechend irgendwo Alarm ausgelöst worden. So, ich schalte noch mal eben auf die App um. Dauer einen kleinen Augenblick, zack, da ist sie. So, dann habe ich jetzt hier in der Gesamtübersicht, ich gehe noch mal zurück, das war vielleicht einfach ein bisschen schnell, hier oben rechts neben Smartphone Home habe ich meine drei Striche, kann hier also mein Menü anpassen, was ich hier auf dem ersten Blick angezeigt haben möchte. Klicke jetzt hier mal rein und sehe hier, hier haben wir unseren Alarmgeber und kann jetzt meinen Alarmgeber auch hier vorne als erstes positionieren, kann natürlich auch meinen Bewegungsmelder mit reinnehmen. Das mache ich auch mal. Was mich nicht interessiert, ist jetzt vielleicht die Bedienung hier oder die Klimasteuerung, die will ich gar nicht unbedingt sehen. Man kann das also individuell anpassen, wie Sie sehen. Wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir, okay, wir haben hier eine Bewegung, klar, das ist mein Bewegungsmelder und der Alarm steht immer noch an, weil ich immer noch im Urlaub bin. Ich setze das mal zurück. Wenn wir jetzt natürlich eine Sabotage haben, dann könnten wir das auch anzeigen lassen beziehungsweise ich gehe hier mal rein und kann mir dann in dem Gerät auch anzeigen lassen im Bereich Alarm, was wir dort haben. Gibt es weitere Fragen? Falls nicht, überlegen Sie bitte nochmal genau, ob Ihnen vielleicht doch noch eine Frage anfällt. In der Zwischenzeit hätte ich eine Bitte. Ich schreibe jetzt in den Chat ein Formular, einen Link mit einer Bewertung für dieses Webinar. Es würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, diesem Link einfach mal eben zu folgen, um dann dieses Bewertungsformular einmal kurz rauszufüllen. Das ist keine Arbeit von zwei Minuten. Und wir können schauen, wo wir uns eventuell noch wieder dran setzen können, wo wir es besser machen können, wo wir vielleicht noch andere Themen mit aufnehmen können. Das wäre sehr freundlich. Ja, hier kam gerade im Chat nochmal eben die Frage, ob das Webinar aufgezeichnet wird, dass jemand ein paar Minütchen zu spät gekommen ist. Kein Problem. Klar, das Webinar wird aufgezeichnet, wird in Kürze dann auch auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen und dann können Sie sich das Webinar nochmal anschauen. Genau. Entsprechend vielleicht der Hinweis auch von meiner Seite nochmal, wir werden das Webinar entsprechend auch auf unseren YouTube-Channel mitladen, soweit wir denen zur Verfügung bekommen. und haben da aber eben bereits auch Webinare, die Sie angucken können, wenn es darum geht, erstmal grundsätzlich Grundlagen, so wie Butler, aber auch wie funktioniert die ersten Betriebsnahme, wie funktioniert konkret nochmal das Einlernen von Geräten und Erstellen von Regeln. Auch themenspezifische Geschichten sind da noch unterwegs, zum Beispiel, also da gibt es noch jede Menge Videos, die man sich zur Mühe führen kann. Ja, dann kam noch die Frage über die erweiterten Alarmfunktionen, wo das Update im Januar kommen soll. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, was uns da erwartet. Ja, genau. Vielen Dank für die Frage. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich will ein bisschen ausholen, beziehungsweise muss ich gar nicht so weit ausholen. Wir haben ja jetzt hier in unserem Szenario, das wir hier gerade erstellt haben, im Prinzip eine große Schwierigkeit, und zwar, wann wechsle ich das Profil, das dafür verantwortlich ist, dass ein Signal ausgegeben wird. Der Standardfall ist ja wahrscheinlich, dass dieser Profiltaster im Flur an der Haustür hängt. Das heißt, ich gehe also auf, das Profil Urlaub mit einer Haustür auf, die im besten Fall ja auch mit einem Türkontakt ausgerüstet ist, und löse somit im Prinzip den Alarm aus. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Also aktuell müssen wir dazu übergehen, das Profil erst zu wechseln, wenn das Gebäude verlassen wurde. Was da also im Januar auf uns zukommt, ist eine Schleusenfunktion, ganz klassisch. Dass wir also eine bestimmte Zeit einrichten können, die dann dafür sorgt, dass wir also die Alarmmeldung verzögert ausgeben, beziehungsweise innerhalb dieser verzögerten Variante, dann die Tür mit der Schließung der Alarm eben nicht ausgelöst wird. Das lässt sich dann entsprechend einstellen für verschiedene Sachen, also Fensterkontakte, Bewegungsmelder oder Kameras. Der eine soll vielleicht verzögert auslösen, der andere nicht. Das ist im Prinzip das, was uns erwartet. Und wenn das soweit ist, erwartet uns dazu außerdem ein weiteres Webinar. Jetzt lese ich hier noch die Frage zu Kameras. Welche und wie die eingebunden werden? Da ist es aktuell so, dass es eine Reihe kompatibler Kameras der Firma Axis gibt. Die finden Sie auf unserer Website, im Prinzip wiebutler.com und dann mal auf Online-Shop schauen und nach den Kameras gucken. Da sind die drin, die wiebutler-kompatibel sind. Und es gibt dann dazu, wie bei allen anderen Geräten, auch entsprechende Anlernanleitungen. Der eine kleine Hinweis, den ich dazu habe, ist, es gibt die meisten Geräte per PoE. Das heißt also Power over Ethernet. Das heißt, ich brauche eine Netzwerkleitung für die meisten Kameras. Es gibt eine, die funktioniert per WLAN. Dafür brauche ich dann aber einen 230-Volt-Anschluss, um das Gerät entsprechend betreiben zu können. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet. Wenn nicht, kann ich nochmal hinterher schieben. So, hier im Chat nochmal. Brauche ich immer einen Bewegungsmelder für die Kamera? Nein. Also erstens brauchen wir es so immer schwierig, die Kamera, aber grundsätzlich verfügt natürlich selbst über einen Bewegungsmelder, der dann entsprechend auch als Funktion im V-Buttler für sämtliche anderen Geschichten genutzt werden kann. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich recht herzlich oder wir bedanken uns für die Teilnahme. Wenn Sie im Nachgang Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Entweder an krause.ltaco.de oder an j.dietrich.at wiebuttler.com und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vor allen Dingen in diesen Zeiten bleiben Sie gesund. Vielen Dank auch von mir. Alles Gute und gesund bleiben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020